Liebe Fitnessfreunde, willkommen zurück bei meinen Videos. Heute geht es um die Beinmuskulatur. Ich zeige euch ein paar schöne Übungen für die Oberschenkelvorderseite, für die Rückseite, für die Außenseite und für die Innenseite. Im Prinzip im Fitnessstudio wäre es einmal der Beinstrecker für die Vorderseite, der Beinbeuger für die Oberschenkelrückseite und die Abduktoren für die Außenseite, die Innenseite wären dann die Adduktoren. Tolle Übungen, wo im Prinzip alles, was die Oberschenkel angeht, mit reinbekommt. Ihr kriegt ein bisschen die Hüfte, das Gesäß mit rein und wenn ihr jetzt zum Beispiel Kniebeschwerden habt, könnt ihr natürlich auch gut mit dem Beinstrecker etwas die Muskulatur um die Patellasehne oder auch um die Kniescheibe herum stärken. So, alles was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur ein Rucksack, ja ein ganz normaler Rucksack. Dazu braucht ihr ein bisschen Inhalt. Ich nehme jetzt einfach mal hier meine DVD-Sammlung, meine kleine. Ihr packt das einfach mal rein. Ihr müsst gucken, wie viel ihr natürlich schafft, ja. Ja, dementsprechend auch so viel Inhalt. Nur mal einige DVDs packen die da rein. So, ein bisschen Gewicht soll es ja dann schon sein. Ich mache mir den Rucksack zu. Und das Wichtigste hier, was ihr braucht an dem Rucksack, ist im Prinzip hier dieser Griff, ja. Diesen Griff benutzt ihr einfach, um euren Fuß, ja. Das sieht dann im Endeffekt so aus, da einhängen zu können, ja. Ihr könnt dann im Prinzip den Rucksack auf eurer Fußbahn einhängen. Die erste Übung wäre der Beinstrecker, ja. Da findet ihr hier diesen Rucksack. Setzt euch hier auf die Bettkante. Guckt, dass ihr einen guten Halt habt, ja. Der Rucksack natürlich gefüllt mit den DVDs. Nehmt dann diesen Griff. Steckt auch einen Fuß einmal dazwischen, ja, dass dieser Rucksack am Bein hängt. Ihr lehnt euch zurück und streckt den, oder das Bein streckt ihr auf jeden Fall jetzt nach oben. Diese Bewegung, ja. Das simuliert im Prinzip den Beinstrecker aus dem Fitnessstudio. Und hier trainiert ihr perfekt die Oberschenkelvorderseite, ja. Diesen Quadrizeps. Eigentlich die größte Muskulatur, die ihr habt. Ja. Schön strecken. Da macht ihr ungefähr 15 Wiederholungen. Dann nehmt ihr den anderen Fuß. Lehnt euch wieder zurück. Und die gleiche Bewegung, ja. Schön durchstrecken oben. Immer schön langsam und kontrolliert das Ganze. So habt ihr schon mal optimal was für eure Oberschenkelvorderseite gemacht, ja. Jetzt kommen wir zur Oberschenkelrückseite. Auch relativ einfach. Ihr hängt den Rucksack wieder hier ein, ja. Dreht euch auf die Bettkante. Stabilisiert euch hier etwas auf dem Bett. Und geht dann mit dem Rucksack nach oben. Streckt das Bein durch. Hier trainiert ihr die Oberschenkelrückseite. Und auch ein bisschen das Gesäß, ja. Oder die Seite. Und dann natürlich die andere Seite. Da habt ihr schön die Oberschenkelrückseite. Ja. Diese Abduktoren habt ihr auch etwas schon mit drin. Und das Gesäß, ja. Kommen wir zu einer Übung für die Abduktoren direkt, ja. Für die Oberschenkelaußerseite. Etwas stärker noch das Gesäß als gerade bei der Übung hervor, ja. Ihr kriegt jetzt natürlich hier beides mit rein. Einmal hier einhängt. Diesmal schräg drauf. Einen Fuß oder ein Bein umgeknickt. Damit ihr euch hier nicht in die Quere kommt. Und jetzt geht ihr seitlich nach oben. Diese Bewegung schön durchstrecken. Ja. Und da habt ihr schön hier die Abduktoren drin und das Gesäß. Jetzt die andere Seite. So könnt ihr auch prima eure Hüfte stärken, ja. Jetzt einmal hier. Bein durchstrecken. Und dann diese Seite. Schön hochgehen. Genau. Jetzt zeige ich euch noch eine Übung für die Innenseite, ja. Für die Abduktoren. Könnt ihr auch super die Leiste stärken und natürlich die Oberschenkel innen sein. Und dann hole ich mal schnell einen Stuhl. Einfach einen Stuhl nehmen. Setzt euch hier drauf. Dann nehmt ihr wieder den Rucksack. Und jetzt haltet ihr diese Position. Macht das immer ruhig. 20 Sekunden. Und dann setzt ihr es ab. Den Rucksack auf den anderen Fuß. Oder auf das andere Bein. Und dann die Spannung in dieser Richtung halten. Gut 20 Minuten. Und ihr kriegt perfekt hier die Oberschenkel in die Innenseite mit rein. Das war's für meine Beinübung heute. Die Oberschenkel könnt ihr so perfekt stärken, ja. Ersetzt im Prinzip die Übung. Beinstrecker, Beinbeuger, Abduktoren und Adduktoren aus dem Fitnessstudio. Bis dann. Bis dann.